Die zieht ja gar nix, man. Was? Nein! Einen nur? Na toll. Müssen wir damit vorsichtig umgehen. Da hinten sehe ich, glaube ich, wieder so ein Hexenhäusle. Oder was ist das auf der Minimap da oben? Ja, Hexenhäusle. Kühe! Kuh mit Rossenhut. Spinne! Luftangriff. Keine Ahnung, das war wieder so ein Organ. Ist da diesmal auch ne Hexe drin? Oh, Kuh aufm Baum. Kuh aufm Haus. Nicht dein Ernst. Ich finde das so schäbig, dass ihr uns erwischt, obwohl wir irgendwo hier in der Luft fliegen. Vor allem, warum habe ich schon wieder so viel Hunger? Nein! Was? Ja, wieder so ein Ding, Mann. So, jetzt schnell. Fledermaus werden. Tomate Seeds. Yay! Ich will aber lieber was tolles anderes. Zum Beispiel gekochten Fisch. Yay! Jetzt muss ich schon mit der Steinspitzhacke auf die Kackviecher losgehen. So, Schneebi, um zu Ende. Was haben wir mehr? Toll. Na, schönen Dank, du Arsch. Was machen wir denn da mal? Ich muss sowieso schon übelst lange zurückfliegen. Aber ich will, verdammt nochmal, endlich. Sand ist ja kein Problem, das kann man sich ja einfach machen. Wir haben ja einen Pulverizer. Nehmen wir ein paar Kappels da und so ein Pucknino und Pulverizer rein. Haben Sand. Vielleicht auch nochmal ein bisschen Gravel dazu. So, da haben wir die Dinger. Ich habe auch keine Schere dabei. Gut. Oder auch nicht. Da haben wir nix. So, wenn wir das is. Das irgendwas rundes. Ach, wieder so ein Ding. Und? Ne Hexe. Erstmal was essen. Das ist... Ach, ganz viele. So. So, Vorsicht. Am besten, ich mach's mit der Feldhacke. Du kriegst mich nicht. Nein! Verdammt! Mann, jetzt geht's! Mann, jetzt geht's! Nein! Alter, ist doch nicht dein Ernst. Jetzt habe ich Weakness. Sieht die Feldhacke überhaupt irgendwas? Die zieht ja gar nix, Mann. Was? Nein! Ich glaub das nicht. Ah. Nein! Okay, gut. Ich konnt's nicht ändern. Aber ich musste die eigentlich loswerden, weil ich musste ja irgendwie dahin. Ah, ärgerlich, 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 ärgerlich. Warte, dann brauchen wir dafür eine Schaufel. Ich weiß es nicht. Müß ich nochmal zurück, schnell. Mal eben eine Schaufel machen. Geht so nicht. Irgendwo was drin hier. Eigentlich hab ich ja umgepackt. Ja gut, mal eben eine Schaufel holen. Dann kann ich mir gleich mal ein neues Schwert bauen. Ohne Holz. 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 Gib mir dieses Kack-Palm-Mut hier. Mein Gott. Lass ich nicht alles tue. So, ein Eisenschwert und eine Eisenschaufel. So, und los. So, gibt's noch einen Weg irgendwie noch schneller sich fortzubewegen? Das wär mal ganz gut. Das könnt ihr ruhig mal in die Kommentare schreiben. Damit könnte ich was anfangen. Naja gut, egal. Hoffen wir, dass es nicht allzu weit weg war. Hier war schon mal der Wald. Aber dafür fliege ich ja jetzt straight dahin. Also von da her. Und Tag wird's auch. Hier ist ein toller, großer Berg. Gucken wir mal, ob obendrauf irgendwas ist. Einfach nur Gravel. Okay. Aber das ist mal ein geiles Gebirge hier. Das gefällt mir. Da hab ich grad einen Slime gesehen. Durch Bugs. Ach, keine Bugs. Die Welt hat sich noch nicht richtig generiert. Deswegen. So, und wir kriegen natürlich wieder Hunger. Toll. Und wir waren so high level. Jetzt sind wir nur noch Level 18. Ich glaub das nicht. Was mal das ist jetzt wieder hier. Geil. Der Riesenschluch, die sich so richtig weit zieht. Da hätten wir schon mal so ein Ding. Ha. Was wollt ihr tun? Was ist das hier eigentlich? Stencil. Open Blocks. Okay. Naja, vielleicht haben wir Glück und es ist nicht so weit. Wie komm ich nochmal auf die Map? Ich hab's vergessen. Irgendwie wird's schon gehen. Da fliegen wir einfach ein bisschen weiter. Dum 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 dum. Okay, egal. Äh. Ehrlich. Ich hab keine Ahnung mehr, welche Taste nochmal die Karte war. Ich würd's da rausfinden, aber. Und was macht der da? Was macht der da? Mach nochmal. Mach nochmal. Ich find den so cool. Oh man. Spaß. Nein, Spaß. Oh kühl. Die lass jetzt einfach mal außen vor. Das Schöne ist, dass die Sachen jetzt nicht die Kane. Da können wir jetzt ganz normal hin stiefeln und die sind in so einem Grab drin. Ha. Du kriegst mich nicht. Ach Mensch, Melonenkerne und ne Eisscherbe. Da hinten haben wir wieder so'n Ding. Weh, ich sterb jetzt hier. Nein. Wirf. Wirf. Nein. Oh. Verdammt, 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 verdammt. Runter, 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 runter. Ach. Gut, dass ich nochmal runter bin. Ich hab nämlich keinen Bock zu sterben hier, ne? Du Öl. Nein. Nicht Öl. So. Stencils sind anscheinend so ne komischen Schablonen. Ach, wir haben ja auf Deutsch. Äh, auf Englisch. Ich dachte, wir haben auf Deutsch. Lol. Na gut. Dann spiel ich halt auf Englisch. sind mir eigentlich auch egal wo ich deutsch lieber mag aber dort aber englisch auch eine sehr tolle sprache so unsere xp liegt darum hat jetzt nicht viel gebracht immer ein bisschen und die hexe stiefel da auch noch um wenn ich jetzt kreppiere dann drehe ich durch ne so mein gott dann mit der schaufel einmal das gras grab aufheben bis die noch mal weg hier die später holen kann ich später holen das brauche ich mir eben zum ansetzen nee ansetzen der ist unwichtig das ist wichtig nee leder kann ich mal behalten äpfel naja weg pfeile weg holz weg sammikopf der knochen weg das weg das konnte man behalten brains kann ruhig weg gegen das zeugs und der rest kann hier bleiben jetzt fliegen wir mal eben schnell nach hause wenn ich diese kuh getötet habe und diese und diese natürlich auch nicht zu vergessen diese so an ich wollte endlich eine wüste suchen aber wir sind ja voll wir müssen das nächste mal meine andere richtung versuchen aber irgendwie müssen wir jetzt kaktus grün bekommen oder solch mal diese tropicraft welt wir wissen ja inzwischen alle also damit meine ich mich der jetzt noch gefehlt hat vorher wie man in so eine welt reinkommt das muss nämlich am abend hier 1 irgendwas wichtiges hohen muss immer fliegen ich hab schon mal weiter vielleicht sogar mehr als nötig vielleicht zu wenig der weib studiert so für die dinge auch wollen wahrscheinlich zu wenig bloß die aufhalten am besten den himmel gucken Weil immer, wenn ich hier irgendwas Spannendes sehe, dann denke ich, oh, Riesenschlucht, da müssen wir gleich mal rein. Oder Kühe, die muss ich doch gleich mal töten. Oder eine Kuh mit diesem Ding. TARDIS. Ich habe einen ganz komischen Hut freigespielt. So, jetzt sind wir hier aber nicht in der Wüste. Was ist das für ein Biom hier? Oh, das war ein Screenshot. Äh, ähm, Extreme Hills. Die sehen sehr schön grün aus, muss ich sagen. Für Extreme Hills. Richtig schön grüne Bäume schon. Da hinten haben wir Sand. Aber keine Kakteen. Irgendwie... Und was ist das jetzt für ein geiles Biom? Grassland. Grassland. Okay. Schön, schön. Und da haben wir... Weiß nicht, das ist doch schon wieder was anderes, ne? Tundra. Tundra? Okay. Eine andere Form von Tundra. Tundra muss ja nicht verschneit sein, ne? Und Tiger erst recht nicht. Deswegen finde ich es gut, dass es in der Minecraft 1.7 auch mal Tigers gibt, die... Loll. Habt ihr gerade auch Bock, ein geiles Baumhaus in so einen Baum reinzuhauen? Also ich schon. Am besten in denen hier. Ne, in denen, in denen ist schon besser. Ich glaube, ich mach hier... Ich merk mir mal, wo wir sind hier. Was ist das? Ist das die Vorversion von... Aber sieht auch geil aus hier. Da oben wieder ein Hexenhäusle. Ich bin ja immer noch in der Hoffnung, dass ich hier irgendwo eine Wüste finde, ne? So, Hexe weg. Äpfel. Kann ja nicht schaden. Ich hab die anderen weggeworfen, aber jetzt, wo wir den freien Slot noch haben, kann ich sie ja mitnehmen. Ich will immer X drücken. Mann. Angewohnheit. Und alt will ich sowieso immer drücken, wie in World of Tanks. So, da hinten haben wir nochmal so ein Ding. Das ist ja mal eine geile Lage hier. Nein. Ah, ich war mir so sicher, dass ich das diesmal nochmal schnell schaff. Ne, was soll's. Ah, Safari, ey. Brauchen wir das noch? Wir haben noch hier eins. Pack die Schablonen da weg, ey. So, das hier ist jetzt auch nochmal so ein Dschungelartiges Ding. Aber keine Wüste. Ich will auch nur einen Kaktus, Mann. Einen Kaktus. Ist das zu viel verlangt? Ja. Glaube ich auch langsam, Junge. Ich fliege hier wirklich einmal mit dem ganzen Puff rum. Das ist auch mal eine geile Landschaft hier. Irgendwo hier muss schon mal eine Wüste sein. Da unten ist wieder so ein Ding. Ist ein Hexenspawner wieder. Einfach schnell gucken, was hier drin ist. Paintbrush. Keine Ahnung. Warte. Nom 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 nom. So. Nein. For uns. For uns. For, ach, komm weg, die Schablonen. Mein Gott, ey. Ich will die eh nicht. Mit Schablonen arbeite ich sowieso nicht so richtig gerne. Weiß nicht, was daran hier so toll sein soll. Die hatte ich, die hatten man ja auch in FTB unleashed. Und da war ich schon nicht gerade sehr begeistert. Von dem Kakt. Ha. Ich hab's beleidigt. Was wollt ihr tun? So, und dann fliegen wir da mal eben hin. Ach, Mensch, jetzt ist das hier so ein riesen Ding. Wäre schön, wenn jetzt hier eine Wüste kommen würden. Ah, wir kommen auf schon entdecktes Land. Finde ich gut. So, da würden wir drüber fliegen müssen. Ne, wieviel kenne ich da schon hier? Ach, hier. Ah, okay. Hier waren wir ja schon mal. Da war ich mit dem Fuzzi. Fuzzi. So, dann muss ja hier irgendwo auch unser Haus sein, ne? Da. Wir sind zu Hause. Wir sind endlich zu Hause. So, mein Gott. Jetzt sind wir übelst voll und ich verwandle mich zurück. Verwandlung. So, in dieses Ding. Komm jetzt. Irgendwelche tollen Sachen. Keine Ahnung. Das Ding müsste größer werden. Oder man nehme einfach diese Truhe. Da kommen jetzt Pflanzen-Sachen rein. Ich hoffe, der ist über uns. Pflanzen, Pflanzen. Pflanzen. Ach, da ist er. Na, dann lassen wir den jungen Mann mal rein. Ha! Okay. Wir können damit... Sachen farbend an. Alter Schwede. Wieder will mal, was? Oh nein. So, wieder einen schönen Hut freigespielt. Kone Piung. Dann... Vielen Dank.